Die ungehemmte Entnahme von Rohstoffen aus der uns umgebenden Natur nähert sich ihrem Ende. Einerseits, weil eine Anzahl von Rohstoffen langsam zur Neige gehen und andererseits, weil die mit der Gewinnung, der Weiterverarbeitung und dem Transport dieser Rohstoffe verbundenen Umweltschädigungen nicht mehr akzeptabel sind. Das Bauschaffen steht für ca. 60% des Ressourcenverbrauchs und betrachten wir nur die mineralischen Ressourcen, dann steht es für 80% des Verbrauchs. In absoluten Zahlen gesprochen bedeutet dies, dass das Bauschaffen jährlich zwischen 70 und 100 Milliarden Tonnen an Baustoffen verarbeitet, transportiert und verbaut. Ohne, dass die Länder der sogenannten Dritten Welt hieran einen wesentlichen Anteil haben. Vergleichbar angemessene Lebensbedingungen für alle können nicht dadurch geschaffen werden, dass die gesamte Weltbevölkerung den Baustoffbedarf der heutigen Industrieländer einnimmt. Die einzig mögliche Lösung besteht darin, das Bauvolumen zu reduzieren. Volumen hierbei nicht notwendigerweise im geometrischen Sinn der zukünftig kleineren Wohnung, sondern im Sinn eines sparsamen und angemessenen Materialverbrauchs. Angemessen betrifft dabei auch den Komfort, den man einem Gebäude abverlangt, sei es Schallschutz- oder Wärmeschutzqualitäten, sei es eine Brandschutzqualität oder ganz generell das gegen Einsturz einzuhaltende Sicherheitsniveau. Was ist die Frage an der Zukunft? Was ist die Frage an der Zukunft? Was ist die Frage an der Zukunft? Untertitelung des ZDF, 2020